Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paper Mario, Legende vom Ionentor. Wir sind endlich wieder zurück in Großfrostheim. Und... Jetzt dürfen wir hoffentlich die fucking Kanone benutzen. Oha, das ist die Betriebslaufe für die Kanone. Also hast du Goldfrid getroffen. Ich will nur noch gerne ein Popum. Was sagst du? Du weißt nicht wo genau ein Popum ist? Ah. Hm. Wo kann er nur hin sein? Mein Gott. Schwierig. Wir brauchen gerne eine Popum. Und in können wir die Kanone nicht befeuern. Also... Was haben wir da zu tun? Steh auf! Oh, er wird langsamer sicher. Falten wir ihn zusammen. Warum? 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 Ach, danke. Was ist denn los? Wenn ich nicht an die Mühe bin? Ich wusste auch keinen. Ein Popum ohne Träume. Und wünsche, das bin ich. Nein, du... Dieser Bart. Diese Mütze. Dazu ist Hammer. Mario! Ich hab dich schon überall gesucht! Warum? Na ja, ich will die große Kanone wieder abfallen. Mein Job hatte ich verloren. Die Lust am Leben auch. Gott, das Dieb. Und da bin ich dann los. Ich war bei einer Wahrsagerin in Rohlingen. Und die sagte, der Mann, der meine... Deine Wünsche erfüllen kann, hat ein M auf der Mütze. Ich trage da einen Schnauzbart. Einen großen Hammer. Was? Soll ich eine Kanone abfahren? Damit die Welt retten? Ja, aber hallo! Und dann soll ich mal, ja, in den Flüssen anders werden, dass wir jetzt waren, irgendwie irgendwie... Wir haben ja geschöpft. Was? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Ich bin so aufgerecht. Ich kann explodieren. Also los. Schieß mir hier auf den Mond. Na ja, wir haben es geschafft. Folgt mir ganz einfach. Jetzt lang. Einmal mir nach. Ich bin so aufgerecht. Aber jetzt hab ich das. Einmal mir nach. Einmal nur noch groß. Das ist mein Maul. Das ist mein Maul ist jetzt hier. Ich hab da in meinem Maul. großen Kanone. Alles in Gott! Wer hat die Abschlussfrequenz ein? Oh, was? Also, warum ist meine Mann auf Position? System starten. System check. Außentüberg öffnet. Das ist eine große Kanone. Ich werde noch die Lamellen öffnen. Lamellen werden geöffnet. Kann auch noch was ausfahren. Gut, bin ausgefahren. Der Mond. Ausrichtung 75,38. Neigungswinkel 54,66. Entfernung 389.603. So, ab dafür. Mensch Stärke 1,08. Korrekturausrichtung 3,03. Korrekturneigung 2,99. Zielerfassung. Luke eröffnen. Das ist so weit. Die Pulverkammer. Das ist so weit. Oh, fast. So wird die Kanone angetrieben. Oh, da sehen wir wieder die Lags von der Switch. Das ist schön. Bro, sterben die jetzt? Luke eröffnen. Kanone bereits zu abfahren. Stand by, okay. Große Skönönchen. Große Skönönchen. Was geht's ab? Feuer! Let's go. Nein, sie leben. Viel Erfolg Mario. Raus da! Raus da! Raus da! Fuck, warum hab ich nicht gelesen? Ich war so... Jetzt... Sind wir also auf dem Mond? Da... Da müssen wir ja noch das letzte Sterne und die Prozesse finden. Oh, das mach ich gar nicht. Wollen wir nicht. Okay. Okay. So, gibt's hier irgendwas zu holen? Okay. Ich glaube das ist nicht. Damit lassen wir nicht mehr. Ich werde es auch Practical machen geben. Okay. 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 Das ist ein Mundkirk. Mundkirks sind eben Kirks, die auf dem Mond leben. Maximal KP 6, Angeluska 5, Verteidigung 5. Die haben ja auch so eine gute Verteidigung. Und verattacken wirken nicht. Aber ihre Verteidigung hilft 0, wenn du sie mit Bomben umkippst. Mit Bomben, sagst du? Fuck, da habe ich zu früh gedrückt. Ja! 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 Na! Ja! Und jetzt gehört es hier! Ja! 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 Wir sind in den Kira-Literen! Oh. Ja? Rolf? Ja. Okay, mit Bart, um... ...Erstschlag zu machen, ist recht schwer. Hm. Okay. 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 Oh, man. Nein! Okay. Ja, ich weiß nicht, ob die schon da... Ah, nee. Mach's mal. Ah, langsam wird's knapp von Ende eben her. Ah, langsam wird's knapp von Ende eben her. Ist das ein Ultra-Pilz? Kann ich gleich den Bart umschlucken? Hehehehe. Es funktioniert anscheinend... Oh mein Gott. Oh 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 Gott. Die Bomben funktionieren nicht zum Umstoßen. Das ist Cap. Das ist lächerlich. Aber wir haben Level Up danach. Heißt, wir sind, wenn er nie voll gehealt. Easy, easy, Lemon Squeezy, Junge. Wer braucht mehr Leben? Guck mal. Die Bomben funktionieren nicht mehr. Servus. Boah, die gehen noch zwei EP. Lohnt sich das überhaupt noch, die mitzunehmen? Gibt es an dem Punkt dann... Na fuck. Nur noch nervig ist. Oder mehr nervig als alles andere. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja. Guck mal. Guck mal. Oh, ich wünsche mir... Nein, Junge! Was sind die Scheiße? Ich wünsche mir einen Speicherpunkt. Das ist die Scheiße! hier gibt es kein speicherpunkt wir sind mit joshie auch nicht unbedingt ja doch joshie braucht einfach nur ein bisschen um loszustarten so hier sollte ja nichts gespawnt sein wieder ich hoffe im ersten raum auch nicht sehr gut dann würde ich sagen war es das mit der folge lasst ein like und abonnenten so fahrt ich hoffe im nächsten video vorbei und rein und ciao